hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem kanal mit einer weiteren folge im bausimulator und zwar folge 5 mit unserem hotel aufbau und ja diesmal sind wir dabei das obergeschoss ja doch das obergeschoss muss dabei erst mal überlegen zu setzen das ist die heutige tagesaufgabe ja ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß damit schreibt einfach mal einen kommentar wie er das spiel eigentlich findet lasst gerne mal ein däumchen nach oben da abonniert den kanal und die glocke das wäre nice so nachts auf der baustelle halb eins guck mal so man ja eigentlich im hegel okay davon besuchen wir hier oben eingehen wie gehen ich glaube sie kommen mit der betonpumpe ins gehege wärme tatsächlich na gut wir können auch so umdrehen das ist ziemlich wurscht sagen geht es jetzt nicht oben die andere stauern die andere stauern ich habe es nicht geahnt stand ein lager mit dem kran ich habe es nicht geahnt Webel schwingen Ah, passt. So. Oh, der ist geschickter. Oh, okay. So. Ja. Ja. Ah. Ah, next. Hm. Ah, it's alright. Am Ende muss alles verbaut werden. Am Ende müssen wir alles verbauen. Hm. Hm. 11.000 Tacken. Na ja, gut. Die ganzen Mietkosten. Ja. 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 Da waren wir uns mal hin und nach hinten irgendwo. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ne, ne, ne. Oh, normalerweise. einmal die position drehen um um Oh. Bei Elemente? Die Elemente abwärts abwärts zwei fenster und dann hätten wir tatsächlich schon den ersten abschnitt das ist jetzt jetzt ja 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 Ah, das war's mal. Ah, achte mal, was auch da? So weit, das ist gut. Ah, Pogar. jetzt das element heißt es bestimmt wieder ein deckenbau als nächstes da 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 und wir auch es ist noch ein bisschen großes holz es ist noch nicht so groß, oder? ja 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 noch ein weiteres mal und dann können wir mit dem decken baum wahrscheinlich schon beginnen super hätten wir auch verdammt der ist schon wieder im weg und dann noch da steht immer im weg meine pumpe grundsätzlich da waren wir hier auf dem dazugehörigen lageplatz würde ich sagen muss ich einfach nur die anlage hier bitte abbauen das reicht ja schon nicht einfach die fülle einfacher aber sagen ja kutsch und Und ähm. Echt das schon? Nein. Das hängt noch mit der Schnauze. Jetzt ist das drin. Okay. Gut, dann pack man ihn erstmal her. Außerhalb. Wow. ich habe gemessen weiter im text 16 beton ebenen wieder besetzen ja schau mal die richtung ist wieder völlig nicht was jetzt hier warte nur die richtung die 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 So, das ist ja wohl noch. Ah, das ist so cool. Ah, daneben, daneben, daneben. So, warte mal. So, warte mal. 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 Okay. Ja. 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 So. 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Na 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 nur auf Falscher Falscher Rüstung wo willst du hin da einigen das ganze so schlüpchen Nein. 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 Gerutscht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Präzise ist was anderes. So, das vorletzte. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... Oh, 20%... Oh, 20%... Oh, 20%... Oh, 20%... Oh, 20%... Das Popos... Ah, kaum noch... 6%... Oh, 7, 8... Ja, jawoll... Das hat man den ganzen Tag nicht anders gemacht... So... Und somit endet auch wieder diese Folge hier im Bausimulator... Vielen Dank fürs Zuschauen... Hat es euch gefallen, dann lasst ein Like da... Abonniert den Kanal... Drückt die Glocke... Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal... Bye, bye... Bye... Bye...